Schiara von Tommy M. ist eine meiner Lieblingsformen derzeit im Sofa-Bereich. Hallo, willkommen. Ich bin Lutz Reinhardt von profischnapp.de und Schiara kommt von Tommy Machalke und ist ein großes Sofa hier in einem tollen Lederbezug, der heißt Sauvage Choco. Ist ein Anilinleder mit einer leichten Versiegelung, alle Naturmerkmale sichtbar. Hier sieht man zum Beispiel einen Heckenriss. Also das ist Echtleder. Das ist kein zugeschmiertes Leder, sondern das ist ein Echtleder und ich sitze jetzt keine 30 Sekunden drauf und schon ist das Leder Handschuhwarm, Handwarm, nicht Handschuhwarm, sondern Handwarm. Also es nimmt meine Körpertemperatur an. Schiara, typisch diese gebogene Armlehne, nach außen geschwungene, dünne Armlehne. Wunderbar. Hier gibt es dann auch noch Armteilkissen, die sind jetzt hier nicht dabei. Zwei Rückenkissen mit dem Feststellband von Tommy M. Kissen, hier kann man entfernen, kann man alles sauber machen. Viel Platz zum Liegen. Ein überraschend für Tommy M. Mittlerer Sitzkomfort, also nicht zu weich und du bleibst drin. Nicht zu weich. Ich habe hier wirklich eine gute Körperunterstützung, muss ich sagen. Das Leder ist hier der Hit. Absolut negativ. Sie brauchen richtig viel Platz für das Teil. Das ist 2,20 Meter. Und negativ, doch das Leder ist auch bei uns der Preis nicht ganz so niedrig. Das Teil kostet regulär zwischen 3,5 und 4.000 Euro und bei uns 1.650 Euro für dieses Stück plus Versandkosten. Derzeit haben wir noch einen passenden Drehzessel im gleichen Leder dazu, in einem separaten Angebot. Schauen Sie unter Skiara. Geben Sie oben rechts ins Suchenfeld bei profischnapp.de Skiara ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal. Folgen Sie uns auf Instagram und schauen Sie mal bei uns in 72186 im Fingen vorbei. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.